Untertitelung des ZDF, 2020 Jedes Jahr gehen etwa 2% des Alkohols verloren. Er löst sich in Luft auf. Diesen Anteil nennen wir Angels Share. Wer von euch hat eine feine Nase? Ich will, ich will, ich will. Blutverkostung. Fruchtig? Raten Sie mal. Vielleicht ein Cragenmore? Cragenmore. Dieser Whisky war wirklich unglaublich. Wenn er versteigert wird, steht das überall in der Presse. Nachdem es nur noch drei Flaschen gibt, könnte die Auktion eine Million einbringen. Ist vielleicht die Chance, Kohle zu machen, Robbie. Werde ich dabei erwischt, kann ich fünf Jahre einfahren. Mein Schwanz und meine Eier kriegen krass was ab. Oh Gott. Ihr seid ein Malt-Whisky-Club? Dürfen wir ein Foto machen, damit wir unseren Enkeln später davon erzählen können? Oh, ist das nicht süß? Wie soll das gehen? Eine Kamera, eine Alarmanlage. Woher weißt du das? Weil ich die Sekretärin gefragt habe. Dieser Whisky ist so selten. Das wäre, als hätte man die Mona Lisa in seinem Schlafzimmer. Mona wer? Eine Million Pfund. Uns kriegt ihr bestimmt nicht klein. Billy Connolly, Alex Ferguson, Braveheart, ihr Schweine. Es wäre ein Gewinn für beide Seiten. Was ist das? Das da? Das Wahrzeichen von Edinburgh. Wo haben wir das da oben hingebaut? Was? Sag mal, das ist jetzt nicht dein Arm. Shit, dieser dämliche Bulle. Hoch mit den Kills. Wir werden nie wieder schlafen können, Officer. Was war denn da los? Schmieren Sie mal besser Creme drauf.